Hallo und herzlich willkommen in diesem Video. Was ist eigentlich eine ambulante Geburt? Wie läuft diese ab? Was für Vorteile gibt es? Was für Nachteile gibt es vielleicht auch? Und welche Voraussetzungen muss man eigentlich erfüllen, um ambulant entbinden zu dürfen bzw. zu können? Das alles klären wir in diesem Video. Nicht nur in Zeiten von Corona, aber besonders jetzt merkt man einfach, wie der Trend und wie das Interesse an der ambulanten Geburt wieder wächst. Grund dafür ist natürlich, dass man den Klinik- oder Krankenhausaufenthalt so wenig und so gering wie möglich halten möchte. Sprich, man möchte zwar sein Kind in sicherer Umgebung bekommen, also in einer Klinik oder Geburtsklinik, aber dann auch wieder schnell nach Hause. Zum einen, weil man sich da eh wohler fühlt und zum anderen, weil man sich da auch sicherer fühlt aufgrund eines potenziellen Infektionsrisikos. Und das ist auch ein legitimer und ganz richtiger Gedanke, denn wir wissen von anderen Coronaviren, die ja aus derselben Familie quasi stammen, dass das nur so kommunale Viren sind. Sprich, das sind Viren, die sich gerne in Krankenhäusern und Kliniken verbreiten. Also liegt es auch nahe, dass auch dieses Virus oder diese Arten von Viren, die jetzt gerade hier kursieren und die Pandemie verursacht haben, dass diese eben auch gehäuft in Krankenhäusern vorkommen oder auch in anderen medizinischen Institutionen, sprich Altenheimen zum Beispiel. Also ja, der Gedanke ist logisch und macht auch Sinn und deswegen versucht man natürlich diesen Aufenthalt in der Klinik so gering wie möglich zu halten und neben den ganzen Anfragen zu hier, wie ist denn das mit der Hausgeburt oder sogar einer Alleingeburt, ist die Anfrage nach der ambulanten Geburt sehr, sehr groß geworden, auch bei mir persönlich auf meinen sozialen Kanälen. Und die erste Frage haben wir damit auch schon fast geklärt, ob denn eben diese Krankenhausentbindung mit dem stationären Aufenthalt, also der Wochenbettstation, dann gefährlicher für mich wäre, was das Infektionsrisiko angeht. Ja, potenziell haben wir das eben besprochen. Ist das so? Man muss natürlich auch immer so ein bisschen die hygienischen Standards im Kopf haben, die man auch selbst an den Tag legt. Wenn ich mir jetzt immer regelmäßig die Hände wasche und mit dem Mundschutz zum Beispiel rumlaufe, dann kann man natürlich schon so ein Infektionsrisiko minimieren, aber man weiß natürlich nicht, wer liegt neben einem, wie strikt halten dies eben mit den Hygienemaßnahmen. So Viren müssen halt eben einfach in den Hals-Nasen-Rachenraum gelangen. Wenn sie auf der Haut sitzen, dann fühlen die sich da zwar pudelwohl, aber da machen die nichts Großartiges. Und genau das ist ja auch die Krux mit zum Beispiel den Handschuhen, die jetzt viele tragen. Die sitzen genauso wie auf den Handschuhen auf unserer Haut und da entsteht aber nicht die Infektion, sondern die Infektion entsteht erst, wenn sie in unsere Pforten quasi eindringen. Also ja, es ist schon ein gewisses Risiko da, wenn man stationär quasi einen Aufenthalt hat, aber es liegt auch immer daran, wie sind die hygienischen Standards beim Personal, in der Klinik, bei meiner Nachbarin, die dort liegt und bei mir selbst. Was ist jetzt eigentlich eine ambulante Geburt? Ich habe die Definition vorhin schon vorweggenommen. Sie ist etwas schwammig, aber nichts anderes ist es. Du hast also die gleiche Entbindung, die gleichen Voraussetzungen und auch die gleichen Ansprüche wie bei einer normalen Klinikentbindung. Es ist jetzt nicht so, dass da weniger Personal dann für dich zuständig ist oder du weniger Schmerzmittel oder so bekommst, sondern es ist alles gleich, bis auf den Fakt, dass du nach der Geburt deines Kindes eben relativ schnell wieder nach Hause gehen kannst. Bei der stationären Geburt ist es ja so, du bekommst dann, oder das Kind bekommt die U1, also die erste Kinderuntersuchung, du verbleibst noch ein bisschen im Kreißsaal, es werden vielleicht Geburtsverletzungen versorgt und dann irgendwann, wenn alles gut ist, dann geht es auf Station und da verbleibst du so zwei bis drei Tage. Das ist so der Schnitt, je nachdem, wie es dir auch geht. 48 Stunden nach Geburt bis zum zehnten Lebenstag kann man die U2 machen, also die zweite kinderärztliche Untersuchung und das wird meistens noch quasi in diesem stationären Setting angeboten, sodass du dann natürlich auch die entsprechende Betreuung hast. Da laufen Hebammen rum und Schwestern rum, die sich mit diesem Thema natürlich extrem gut auskennen, auch Thema Stillen und Stillprobleme oder Startschwierigkeiten. All da können die natürlich auf so einer Station sehr gut helfen. Zu den Nachteilen oder Vorteilen kommen wir gleich noch. Das kann natürlich auch ein Nachteil sein, wenn man natürlich viele Menschen hat, die sich um dieses eine Thema quasi bemühen, um das Thema Stillen zum Beispiel. Gibt es auch mehrere Meinungen und das ist das, was ich auch in der Klinik immer mitbekommen habe, dass da viele Frauen zum Teil verwirrter aus der Nummer rausgehen, als sie gestartet sind, denn die erste Schwester erzählt das, die zweite dies, die dritte vielleicht was ganz anderes und vielleicht haben auch alle irgendwo ein bisschen recht, aber man weiß jetzt nicht, man hätte gerne so den Fahrplan XY. Hier muss ich lang, damit es mit dem Stellen klappt und den gibt es eben nicht pauschal, sondern das ist immer alles so ein bisschen individuell und so erzählt natürlich jeder so ein bisschen was anderes und das stört viele Frauen und da muss man auch dran denken, wenn man sich quasi für die stationäre Entbindung entscheidet oder auch für die ambulante. Voraussetzungen für eine ambulante Geburt. Die treuen Follower von uns wissen natürlich, dass wir unsere Tochter auch ambulant geboren haben. Nun ist es natürlich so, bin ich vom Fach und konnte das alles auch gut einschätzen. Die Voraussetzungen sind dennoch die gleichen. Hätte meine Frau jetzt eine Komplikation gehabt, verstärkt geblutet zum Beispiel oder eine Geburtsverletzung, die wirklich weitreichender ist, als das normale, was zu erwarten ist oder hätte sie Blutdruckschwankungen, Kreislaufprobleme etc. Wenn da irgendwelche krassen Komplikationen sind, hätte ich meine Frau auch nicht mit nach Hause genommen. Das ist der Punkt. Die Voraussetzung für eine ambulante Geburt ist entsprechend relativ komplikationsarm und ihr oder du musst dich natürlich auch dem gewappnet fühlen, was dann zu Hause so auf dich zukommt. Du darfst keine Angst vor der ersten Zeit mit Kind alleine haben. Das ist so eine Voraussetzung. Aber grundsätzlich gilt, ist kein Gefängnis so ein Kreißsaal, auch so eine Klinik ist kein Gefängnis. Du darfst im Prinzip gehen, wann und wie du möchtest, selbst wenn du schwerwiegende Komplikationen gehabt hast, sagen wir mal eine ganz starke Blutung mit Kreislaufproblemen, selbst dann könntest du sagen, Leute, macht's gut, ich gehe. Kann dich keiner fesseln ans Bett, sondern das ist deine Entscheidung. Aber es ist natürlich dann nicht empfohlen, wenn man solche starken Komplikationen hatte. Nichtsdestotrotz, so eine ambulante Geburt, Grundvoraussetzung ist eigentlich, meiner Meinung nach, relativ komplikationsarm. Jetzt werden natürlich die Stimmen, was heißt denn relativ? Also ein ganz normaler Dammriss ist für mich keine Komplikation, auch zum Beispiel ein Dammschnitt ist für mich keine schwerwiegende Komplikation, eine wirkliche Komplikation, wo ich sage, boah, das ist ein bisschen hart jetzt nach Hause zu gehen, ist die starke Blutung oder zum Beispiel, wenn die Plazenta, also der Mutterkuchen, zurückgeblieben ist und du brauchtest eine Ausschabung, hat es also zwischenzeitlich eine Vollnarkose oder aber auch für viele Kliniken und auch das ist ein bisschen schwierig, ist, wenn du eine PDA hattest, also deine Rückenmark, nahe örtliche Betäubung, dann ist es auch schwierig, weil dein Körper braucht eine Zeit, damit das wieder regeneriert, was da taub gestellt wurde und auch da kann es ja im Wochenbett manchmal zu Komplikationen, Stichwort postspinaler Kopfschmerz kommen, also auch da wäre ich tatsächlich vorsichtig, wenn man sagt, ich hatte eine PDA und möchte jetzt ambulant gehen, aber es ist auf keinen Fall ein Kriterium, was dich jetzt ans Bett fesselt, das hatten wir ja schon. Vorteile der ambulanten Geburt, du bist schnell wieder zu Hause, das ist, glaube ich, der größte Vorteil, du bist in deiner Wohlfühloase, du weißt Bescheid, du weißt, wo die Lieblingstasse steht, du hast im besten Fall den Partner an der Seite, der dich auch unterstützen kann, du hast deine Bettwäsche, du hast deine normale Umgebung und das, das haben tatsächlich Studien auch gezeigt, fördert natürlich auch die Mutter-Kind-Beziehung und das Stillverhältnis, also der Milcheinschuss ist besser und die Stillprobleme sind weniger, weil man wahrscheinlich ein bisschen mehr Ruhe hat, ein bisschen mehr Geduld hat, als die Nachbarin, die sich gerade duscht und dann die Tür aufmacht und dann fällt dir irgendwas runter, da hat man natürlich zu Hause vielleicht ein bisschen mehr Ruhe und eben auch seine gewohnte Umgebung, wo man sich viel wohler fühlt und das spürt natürlich auch so ein Kind, wenn die Mutter sich wohl fühlt, dann fühlt das Kind sich eben auch wohl. Das ist so der Vorteil, den das Paar hat, aber auch wenn sie jetzt schon Kinder da sind, ist das natürlich sehr verstörend für viele kleine Kinder, die jetzt die Mama in der Klinik besuchen und die liegt da in so einem Krankenhausbett und hat vielleicht noch so ein OP-Hemdchen oder so an, das verstört natürlich auch viele Kinder, die fühlen sich natürlich auch viel wohler, wenn Mama ein paar Stunden weg ist und kommt mit einem Baby wieder im Arm nach Hause und alles ist eigentlich wie gehabt, nur dass da jetzt noch so ein kleiner Erdenbürger mehr da ist. Auch das ist ein Aspekt, den man auch nicht vergessen sollte. Nach den Vorteilen kommen auch immer die Nachteile. Nachteile einer ambulanten Geburt, man muss es sich zutrauen, hatten wir schon den Punkt, also es ist natürlich etwas, wenn man vorher sagt, boah, die erste Zeit alleine mit Kind, der Partner hat auch nicht so richtig den Plan, unser erstes Kind, traue ich mir nicht so richtig zu, dann bist du glaube ich nicht gemacht für die ambulante Geburt und was man auch wissen muss, es ist natürlich ein gewisser organisatorischer Mehraufwand. Das kann man natürlich auch vorher schon so ein bisschen antizipieren, was da auf einen zukommt, zum Beispiel diese U2-Untersuchung, die ich schon angesprochen habe, die ja fällig ist, 48 Stunden nach Geburt des Kindes am frühesten Zeitpunkt und bis zum 10. Lebenstag als spätesten Zeitpunkt. Also dazwischen muss man irgendwie diese U2 hinbekommen haben. Ob man da jetzt vorher schon einen Termin machen kann beim Kinderarzt, natürlich immer ein bisschen fraglich, wann so ein Kind auf die Welt kommt, oder ob man dann spontan einen Termin bekommt, das geht in der Regel, weil das eben ja auch ein bekanntes Phänomen ist, dass Leute ambulant entbinden und dann schnell die U2 bräuchten, dann brauchst du unbedingt, unbedingt, unbedingt eine Hebamme im Wochenbett in der Nachsorge, die einfach drauf schauen kann, was macht der Wochenfluss, was machen die Dammverletzungen, wie läuft es mit dem Stillen, gibt es da Probleme, die einfach helfen kann, auch bei ganz normalen, banalen Fragen. Mein Kind hat jetzt Blut gespuckt, was ist das? Hat das jetzt irgendwas ganz Schlimmes? Dabei ist vielleicht wirklich die Brustwarze auch schon so geschunden vom Stillen, dass die blutet, das Kind hat Blut geschluckt und dann ausgespuckt. Das ist zum Beispiel ein Thema gewesen, was uns betroffen hat, wo man natürlich am Anfang etwas erschrocken ist, wenn das Kind auf einmal Blut spuckt. Ist einfach geklärt, wenn die Hebamme vor Ort ist, kann man einfach fragen, fertig. Also die ist extrem wichtig. Das finde ich eigentlich eine Grundvoraussetzung, dass man eine Hebamme in der Nachbetreuung hat. Es sei denn, du kriegst jetzt schon dein sechstes, siebtes Kind und bist absoluter Vollprofi. Aber selbst da sagt man, jede Schwangerschaft ist anders, jede Geburt ist anders und auch jedes Wochenbett kann anders laufen. Maximal blöd ist natürlich, wenn du Komplikationen dann doch im Wochenbett hast und zurück in die Klinik musst. Ich finde, das ist so der Worst Case, dass man sich freut, ambulant entbunden zu haben, man geht nach Hause, alle sind happy, alle sind gut und auf einmal fängt man doch verstärkt an anzubluten oder es passiert irgendwas anderes. Man kriegt eine ganz schwere Brustentzündung in den ersten Tagen, dass man dann doch wieder in die Klinik zurück muss. Das ist, glaube ich, etwas, was man auch nicht vorhersagen kann, aber was auf jeden Fall auch mit auf der Agenda bei den Nachteilen stehen muss, denn auch das kann natürlich ein Nachteil sein, dass man denkt, man hat es gepackt und dann muss man doch mal zurück. Gib ein paar Tipps, die ich dir jetzt mit auf den Weg gebe, was du so vorher schon erledigen kannst oder was du vorher schon bedenken könntest, wenn du vorhörst, ambulant zu entbinden. Im besten Fall hast du zwar einen Partner zu Hause, der viele Botengänge dann auch erledigen kann und auch wird, liebe Männer, das ist so, ihr werdet viel rumgeschickt, aber man kann natürlich auch viel schon organisieren und kaufen vorher. Große, ausreichende Binden und Einlagen, das ist glaube ich etwas, was jede Frau unterschätzt. Dieser Wochenfluss ist einfach am Anfang noch massiv und man kommt mit diesen kleinen Slip-Einlagen überhaupt nicht zu Rande. Das heißt, legt euch so ein schönes Portfolio an Oma-Einlagen an. Also richtig, wir sagen in der Klinik haben wir immer gesagt Surfbretter. Richtig dicke, schöne, saugende Binden, die man sich dann eben einlegen kann. Davon kann man nie zu viele haben, ist tatsächlich so. Wovon man auch nie zu viele haben kann, sind eigentlich Windeln am Anfang. Also auch da könnt ihr euch schon mal grob eindecken, dass ihr nicht nach einem Tag merkt, oh, das Kind macht ja doch öfter mal als gedacht. Jetzt müssen wir direkt los und wieder Windeln kaufen, sondern auch das kann man wunderbar lagern im Schrank und hat es schon mal vor Ort. Denkt auch an eure Brüste. Viel wird immer an das Kind, an das Zimmer, an das Kinderbettchen, Wickeleinheit gedacht, aber denkt auch an euch und vor allem eure Brüste. Es kann sein und es wird vielleicht sogar sein, dass ihr mal einen Milchstau haben werdet. Und da ist kühlen das A und O. Da gibt es wunderbare Kühl-Gelkissen, Kühlkompressen oder auch einfach Quark, was man jetzt auch schon kaufen kann, um da ein bisschen Linderung zu schaffen. Auch das gehört jetzt schon in den Gefrierschrank oder in den Kühlschrank. Wir hatten das Thema schon, wovon man eigentlich nie zu viele haben kann, sind auch Spucktücher. Am Anfang hat man überall entweder Muttermilch oder Babykotze und Spucktücher. Wenn man jetzt zwei zu Hause hat und denkt sich, ja, die waschen wir halt immer mal wieder, die wascht er erstmal nicht. Sondern ihr müsst einfach zusehen, dass ihr da auch genug vor Ort habt, dass ihr da immer euer Spucktuch zur Hand habt, wenn eins gebraucht wird. Nächster Tipp ist, haben es eben schon angesprochen, vorher den Partner auch informieren. Oder ich informiere euch jetzt, liebe Männer. Es wird so sein. Ihr werdet rumkommandiert und rumgeschickt. Und das ist, glaube ich, dann auch selbstverständlich. Und euer Part, nachdem die Frau alles gegeben hat in der Schwangerschaft und bei Geburt, müssen wir jetzt halt mal rechts und links gucken und laufen und hier noch was holen und da noch was holen. Und wenn es in euren Augen unsinnig ist, holt es einfach und alle sind glücklich. Das ist ein Punkt, den man auch nicht vergessen darf, auf den man die Männer auch schon vorbereiten sollte. Es kommt ein bisschen Lauf und Fahrarbeit auf euch zu. Aber ich denke, auch das kriegt ihr hin. Und ein ganz wichtiger Tipp, ein ganz wichtiger Tipp. Besuchszeiten im Wochenbett. Na klar wollen jetzt alle den Neugeborenen oder das Neugeborene Mädchen sehen. Das ist auch ganz klar. Aber haltet es wirklich so, dass ihr euch Zeiten aussucht, Besuchszeiten so richtig wie in der Klinik, richtig schön preußisch-deutsch, dass man sagt, von dann und dann dürfen die und die kommen und dann ist erstmal wieder Sensor. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Tipp. Die Tante vierten Grades, die kann auch in fünf, sechs, sieben Wochen nochmal nach dem Baby gucken. Die brauche das jetzt nicht am Anfang sehen. Am Anfang, sind wir ehrlich, sehen sie eh alle ein bisschen ähnlich aus. Also kann man vielleicht die engste Familie und die engsten Freunde die ersten Wochen gucken lassen. Ist ja auch schön und gut, aber danach muss dann die zweite Garde der Verwandtschaft vielleicht ein bisschen warten. Also übertreibt es nicht. Lasst euch nicht unter Druck setzen, sondern seid entspannt. Wochenbett ist erstmal für euch da, euch kennenzulernen. Die ganzen Probleme, die jetzt auch auf einen zukommen können, ein bisschen in den Griff zu bekommen und dann sind auch die Besuchszeiten wieder etwas länger. Ist eine ambulante Geburt jetzt zu empfehlen? Ja oder nein? Meiner Meinung nach ja. Erstens hätte ich sonst natürlich nicht bei meiner Tochter und mit meiner Frau eine ambulante Geburt gemacht und zweitens gerade jetzt in den Corona-Zeiten ist das die Art der Entbindung, die ich den Frauen nahelege in der Praxis, die jetzt irgendwie verunsichert sind wegen des Klinikaufenthalts. Sag ich immer, schauen sie mal, vielleicht klappt ja auch eine ambulante Geburt. Dann gehen sie nach der Geburt wieder nach Hause und minimieren da das Risiko. Die Voraussetzung haben wir besprochen. Man muss selbst natürlich auch dafür offen sein. Ansonsten ist das glaube ich eine schöne Zwischenlösung momentan zwischen der Sicherheit einer Klinik und einem perfekt ausgebildeten geburtshilflichen Team und trotzdem der häuslichen Wohlfühloase, wenn man es so sagen will. Also ja, ich würde eine ambulante Geburt momentan sowieso empfehlen und generell ist das etwas, worüber man auf jeden Fall nachdenken sollte. Das Thema Hausgeburt oder sogar Alleingeburt ist natürlich ein ganz eigenes. Viele wissen aus meinem Geburtsvorbereitungskurs, dass ich natürlich überhaupt kein negativer das Thema Hausgeburt oder Alleingeburt ist natürlich nochmal ein ganz eigenes. Viele wissen von meinem Online-Geburtsvorbereitungskurs, dass ich das Thema Hausgeburt zum Beispiel gar nicht jetzt als ärztlicher Geburtshelfer verschreie oder sage, das ist überhaupt nichts und ganz unsicher, sondern ganz im Gegenteil. Es ist ja so, dass es statistisch sogar sicher ist, aber es gibt auch da viele Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen und Thema Alleingeburt ist nochmal ein ganz eigenes Ding und da sollte man wirklich drüber nachdenken, ob man sich das zutraut. Wegen der aktuellen Pandemie ist natürlich gerade der Trend sehr, sehr oft, den man so mitbekommt. Ich bekomme ein Kind einfach allein zu Hause und das besprechen wir vielleicht in einem anderen Video nochmal. Bis dahin, ich hoffe, das Thema ambulante Geburt ist jetzt einigermaßen deutlich geworden und ihr überlegt euch das einfach für euch. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.